Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Info der Gemeinde Life Unlimited. Ich bin die Irene. Ja, wie Sie an den Bildern schon erkannt haben, hatten wir heute ein wunderbares Geschenk. Es ist immer herrlich, wenn man die Rouladen hochzieht und sieht, es ist alles schneeweiß. Wunderbar, egal wie es vorher ausgesehen hat, aber der Schnee bedeckt jede Unreinheit, jede Unklarheit, jedes Durcheinander bedeckt er mit seiner Schönheit und sieht einfach herrlich aus. Warum freuen wir uns so den Schnee zu sehen und wir finden es als etwas wunderbares? Ja, weil das Gottes Plan ist, dass wir mit dem Schnee verbunden sind. Wisst ihr, dass egal was in eurem Leben passiert ist, egal wie das Leben zerrüttet ist, Gott kann es genauso abdecken, wie heute der Schnee meinen Garten abgedeckt hat. Und somit sieht er jetzt wunderschön aus und weiß und herrlich. Genau so kann Gott mit euch handeln. Und dieses Versprechen lesen wir in Jesaja 1, 18. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Egal welche Sünden du begonnen hast, egal wie sie aussehen, egal wie schlimm es in deinem Leben ausgesehen hat oder aussieht, aber sobald du vor Gott kommst und ihm die Sünde abgibst, deckt er alles ab. Schnee weiß. Nichts ist mehr zu sehen. Absolute Reinheit. Wenn wir weiter in der Bibel forschen, haben wir eine andere Begegnung. Da wo Jesus auf dem Berg ist und da wird er verwandelt. Und in Markus Evangelium Kapitel 9 Vers 3 lesen wir, dass in dieser Veränderung Jesu Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Das kann nur Gott. Unsere Sünden bedecken für alle Zeiten. Sie Schnee weiß machen kann nur der Herr. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wähle das Leben, komm zu Gott, nehme Jesus an, gib deine Sünden ab und erlebe, wie dein Leben aufs Neue beginnt. Schnee weiß. In diesem Sinne bis zum nächsten Input der Gemeinde Life Unlimited. Bis zum nächsten Input.